Aufgrund der steigenden Öl- und Gaspreise greifen im Winter immer mehr Haushalte auf die traditionelle Art des Heizens zurück, den guten alten Kamin. Wie ein Zauber verströmt sein leise knisterndes Feuer in der Stube wohlige Wärme. Gemütlichkeit und Wohlwonnen umgibt den molligen Mops, welcher in Großvaters Schaukelstuhl schlummert. Er muss sich zum Glück nicht um die Probleme der Energieversorgung kümmern.